Hi und hallo zu einer weiteren Folge der Kinder News. Dieser Hund schaut extrem traurig. Doch warum? Das ist Elektra, ein Pitbull, der gerade von seiner Familie in ein Tierheim gebracht wurde. Er bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Sein Blick wird traurig, als er merkte, dass seine Familie ihn nicht mehr will. Tiere haben auch Gefühle, was an diesen Bildern noch einmal sehr deutlich wird. Sie sind keine Gegenstände, die einfach abgegeben werden können. Jeder Tierhalter hat auch eine Verantwortung gegenüber dem Tier. Jedoch ist die gute Nachricht, dass Elektra schon wieder eine neue Familie gefunden hat. Das ist wahrscheinlich auf das häufige Teilen des Fotos zurückzuführen. Aber viele andere Hunde haben leider nicht so ein Glück. Was denkt ihr? Sollten Menschen bestraft werden, die keine Verantwortung für ihr Haustür übernehmen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr weitere Kinder News haben wollt, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke.